Ich bin Sir EinfachFlo, herzlich willkommen zum fünften Tag. Heute sind wir bei der Rodetaler Talsperre. Wir wollen heute auf die Hengelbrücke gehen, die genauso hoch ist, wie ich schon sagte, gestern, vom letzten Jahr. Auf jeden Fall wollen wir uns noch die Talsperre hier angucken. Ich bin gespannt, wie da oben die Aussicht ist. Draußen ist schönes Wetter, dementsprechend wollen wir ordentlich was sehen. Diesmal sind wir da über Wasser. Auf die Talsperre gut drauf gucken, ich bin gespannt auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tag, hier in der guten Gaststätte. Jungeln mit Parmesan, das sind auch eine große Radler, wie jedes Mal. Wollen wir gleich noch hochfahren, eventuell, zum Hexentanzplatz. Da waren wir von 2014 an. Wir waren ja auch gerade in der alten Junkerberge in Kale. Da hat sich einiges geändert. Auf der Gaststätte ist ein Junkerberge geworden. Hat sich vieles geändert. Ich bin gespannt. Die Junkerberge von innen hat sich auch geändert. Und dann gucken wir, was wir machen, je nachdem wie das Wetter ist. Jetzt ist auch aktuell windig. Mal gucken, ob wir ja noch hochgehen oder nicht. Mal gucken, ob wir ja noch hochgehen oder nicht. Mal gucken, ob wir ja noch hochgehen oder nicht. Mal gucken, ob wir ja noch hochgehen oder nicht. Mal gucken, ob wir ja noch hochgehen, oder nicht. in der Scheibe sitzen. Ein Schmellerling 1A. Nur eine kleine Storyerzählung. Wir waren auch bei der Hengelbrücke und meine Mutter hat einen Hut. Und der Hut, der ist weggeflogen beim Sturm. Ja, war auf jeden Fall wild. In der Jungtabberge. Wir essen jetzt hier nochmal Abendbrot, weil die Schulklasse das Essen nicht weiter essen wollte. Es ist ein Jochen Flo und ich das jetzt auf, denn wir haben Bock darauf. Schöne gebratene Wurst vom Grill und Pupensteak und Nudelsalat. Perfekt. Capshaws Wildfahrt, aber ja. Auf jeden Fall war heute ein sehr entspannter Tag. Wir waren auf der Hengelbrücke. Die Hengelbrücke hat mir, weiß ich nicht, nicht so gefallen, weil die war einfach zu niedrig. Andere war viel höher und viel länger. Aber die Aussicht war geil. Da kann man sich nicht beklagen. Auf jeden Fall wollen wir morgen hier rumwandern in braunen Lage. Mal gucken, was hier so Sache ist. Was hier für Sehenswürdigkeiten gibt's. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall einen Wurzelnacht, Leute. Haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.